Hey Mädchen, beeil dich oder ich lass dich hier. Entschuldigung, Herr Maskenmann. Ich finde es schon ein wenig unverschämt, dass Sie mich immer nur Mädchen nennen. Ach, findest du? Wie soll ich dich denn sonst nennen? Nun ja, vielleicht könnten Sie mich ja ab jetzt mit Frau Shinsaki ansprechen. Dich so zu nennen, wär schon irgendwie albern. Daraus wird nichts. Gewöhn dich lieber daran, Mädchen.